Musik Hallo und herzlich willkommen in der Schwindelambulanz in Sinsheim. Mein Name ist Bodo Schiffmann und ich bin der ärztliche Leiter der Schwindelambulanz Sinsheim. Sie wundern sich vielleicht, was ich hier mache. Ich trainiere mein Gleichgewicht und das können Sie auch. Unser Gleichgewichtsorgan hat verschiedene Rezeptoren. Dort gibt es nicht nur Rezeptoren für Drehbewegungen, sondern auch für Schwankbewegungen. Und wenn Sie einen Schwankrezeptor, der zum Beispiel einen Benommenheitsschwindel macht, trainieren wollen, dann brauchen Sie auch einen Reiz, der genau diesem Organ entspricht. Und dazu brauchen Sie ein Hilfsmittel. Und das sehen Sie hier. Ich habe mir einen Gymnastikball besorgt. Und man setzt sich einfach gemütlich auf diesen Gymnastikball drauf und hüpft vor sich hin. Dadurch bekommt dieser Rezeptor, in dem Fall der Sackulus, der für Auf- und Abbewegungen verantwortlich ist, genau den Reiz, den er braucht. Zusätzlich haben wir noch den Utriculus. Der Utriculus ist für solche Bewegungen zuständig oder auch nach vorne und nach hinten. Unser Gehirn übernimmt bei einer Fehlfunktion des Gleichgewichtsnerven automatisch die Funktion und unterdrückt Schwindel über die Augen. Das müssen wir wissen, um zu verstehen, warum wir ein noch besseres Gleichgewichtstraining machen können, wenn wir ein kleines Hilfsmittel dazu verwenden, und zwar eine Schlafmaske. So eine Schlafmaske können Sie sich einfach im Internet bei den bekannten Versandhandeln bestellen. Bitte tragen Sie zum Training eine Schlafmaske, sodass Ihre Augen nicht sehen, was Sie gerade tun. Und hüpfen Sie gemütlich weiter. Gerne mit verschiedenen Geschwindigkeiten und verschiedenen Kopfhaltungen. Und hier ist es wichtig, dass man das im Laufe des Tages immer wieder tut. Aber auch unsere Ohren, also unser Gehör, ist in der Lage, sich im Raum zu orientieren. Wenn Sie das Training noch schwieriger machen wollen, dann hören Sie doch einfach ein Hörbuch oder Musik, die Ihnen gefällt, und tragen Sie Ihre Maske und machen Sie diese Übung. Wenn Sie eine Störung der Schwerkraftorgane im Innenohr haben, dann werden Sie auf diese Weise Ihrem Gehirn die Möglichkeit geben, den Fehler zu erkennen und auch wieder zu beseitigen. Und das ist ganz wichtig, damit Sie Erfolg haben und Ihren Schwankschwindel oder Benommenheitsschwindel erfolgreich behandeln können. Sie sollten am besten zehnmal pro Tag, aber nicht länger als zwei bis drei Minuten üben. Und insbesondere am Anfang übertreiben Sie nicht. Sie können nicht innerhalb von einem Tag einen Schwindel beseitigen. Wenn Sie joggen lernen wollen, ist das auch eine ziemlich schlechte Idee, wenn Sie erst anfangen und machen direkt 20 Kilometer eine Joggingstrecke. Sie sollten sich langsam steigern. Und wenn Sie merken, Sie brauchen eine Pause, dann machen Sie eine Pause. Ich hoffe, Sie haben gesehen, wie einfach das Ganze geht. Und das macht sogar Spaß. Besorgen Sie sich so einen Ball. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie das intensiv machen, werden Sie Erfolg haben. Und vielleicht haben Sie Lust, sich bei uns noch ein bisschen umzuschauen. Wir haben auf YouTube noch mehr Videos zur Selbsthilfe. Zum Beispiel auch ein hervorragendes Drehstuhltraining für unsere Schwerkraftorgane, die für Dreh- oder Fall- oder Kippbewegungen verantwortlich sind. Wir haben Übungen für Lagerungsschwindel. Und Sie finden unter anderem auch auf unserer Internetseite schwindelambulanz-sinsheim.de ganz viele Hinweise, wie Sie sich selbst helfen können. Wir erklären Ihnen dort Krankheitsbilder. Und wir bieten Ihnen auch zum kostenlosen Download ein Buch an. Das Buch heißt Schwindel ist kein Schicksal. Und Sie können es sich dann auch selbst ausdrucken. Es ist als PDF vorhanden. Gerne können Sie sich selbstverständlich auch im Buchhandel die neue Ausgabe besorgen, die überarbeitet ist, eine besonders große Schrift hat, damit sie auch für ältere Patienten oder für Schwindelpatienten leichter lesbar wird. Und wir haben noch viele, viele andere Informationen für Sie zusammengetragen. Schauen Sie doch mal rein. Schwindelambulanz-sinsheim.de Ich übe jetzt noch ein bisschen weiter. Und Ihnen wünsche ich viel Erfolg bei Ihrem Schwindeltraining. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.